Hallo und herzlich willkommen zurück zu PUBG! Heute mal, wie ihr das seht, sieht ein bisschen anders aus. Nämlich auf dem Test-Server, denn man kann jetzt im Moment die neue Map ausprobieren. Wenn ich wieder vergessen habe, wie sie heisst, dann muss man auch einen neuen Charakter erstellen, also hat man nichts. Und halt da, Musik anders, allgemein da ein bisschen anders. Auch, ihr werdet auch sehen, das war ja schon im vorherigen Test-Server schon drauf. Es gibt Climbing, Vaulting, genau heisst es. Dann das Hart ist anders. Ein paar neue Waffen. Das gibt es auch auf der, hier seht ihr Gefängnisse zur Wüsten-Map. Könnt ihr auch mal ansehen, das ist die Map. Hier gibt es anscheinend ein Casino, war das hier? Oder was da? Irgendwo gab es ein Riesen-Casino. Das ist das Casino, das könnte auch da sein. Das ist übrigens eine grosse Stadt, die ist grösser als es vorher alles gab und so. Dann halt, ja, da die Map. Ich habe sie bis jetzt einmal gespielt, ne? Ja, Vaulting, da sieht man ein kleines bisschen Vaulting. Aber da sehen wir dann auch noch alles im Match. Kann auch da, kann ich doch auch? Oh. Äh, ja. Ah ja. Oh, Rubberbanding. Das hat ein bisschen Mühe, Test-Server. Da kann man ja ein bisschen... Geh doch da rauf, dankeschön. Da, Vaulting und so. Tada. So, los geht's. Ich werde weggestossen. Also, ich habe noch keine Ahnung. Da gibt's, glaube ich, guten Loot. Hier gibt's guten Loot. In den Städten halt. Da ist auch ein Campo Militare. Ich komme von hier. Über das einzige Wasser. Jet-Ski gibt's übrigens auch. Alter, auch neue Fahrzeuge, ein VW-Bus, ein Truck. Weiss nicht. Sollen wir mal ein bisschen Action. Gehen wir auf Los Luenos. Gehen wir auf Los Luenos. Einfach mal reinfliegen. Schauen wir mal. Wahrscheinlich fallen jetzt alle raus. Aber ist mir sowas von egal. Okay. Da hinten neben mir ist einer. Sonst so. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Also, aber das ist der einzige, den ich gerade sehe. Gehen wir mal runter. Direkt schön runter. Da ist einer. Fuck. Ja, es ist ein paar Leute hier. Ui, ui. Ich gehe einfach mal mit. Alter. Die D-Sings sind real. Ich habe nämlich keine Ahnung. Die Looten und so hier. Da ist ein Restaurant. Geh mal da ins Restaurant. Also, es gibt neue Waffen und so. Shit. Äh. Was gibt es sonst? Alter. Komm, mal schneller. So. Ich habe hier Gegner bei mir. Da kommt man wieder raus. Dann wieder zu. Ähm. Ah, abgesägte Stapflinte ist neu. Da hat man halt eine Schraubflinte auf der. Right Hand. Alter, das ist alles so offen hier. Das gefällt mir gar nicht. Gefährlich, gefährlich, ne? Cool. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Kann man immer gebrauchen. Zack. Äh. Jemand? So, da ist neue Häuser und auch die Map allgemein ist nicht mehr so flach wie vor. Also, alles ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Ich habe was gelernt. E-Spot ready, yeah. Vorhin. Kann man auch raus. Das ist noch nix. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, hatte ich so überhaupt kein Loot bekommen. Oh, überall Schraubflinten. Das Gefühl, die ist besser, als... Ich habe gesägte Schraubflinten. Uh, uh. M4. Klar nimmst du die. Äh, jawohl ja. Komm. Und das ist auch ein neuer Revolver. So. Schraubflinten. Schraubflinten. Dort Gang. Hier. Im Raum. Da habe ich alles. Ich glaube so. Sagst du 2. Hm. Ja. Neue Map. Diesmal schneide ich wahrscheinlich auch nicht zu viel. Das ist ein erweitertes Schnellwechsel. Den habe ich also schon. Weil, damit ihr halt die Map und alles seht. Also das heisst, ich muss mich mehr konzentrieren. Beim... Wafel, ne. Weil Dinge passieren, ne. Zack, zack, zack. Dinge können passieren. Werksuche ist schon mal gut. Und... ...kräften hier niemand rum. Ich bin übrigens gerade nicht... ...bekreis. Das ist nicht so optimal. Kann man da... Ne, da kann man das nicht drauf... ...packen. Hm. Hier ging es runter. Hier ging es runter. Geh mal Richtung... ...Ausgang. Nimm aber ein bisschen Häuser mit. Das ist die falsche Muni, oder? Hier. 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 Ich möchte es mir nur... Das sind nur die Reifen. Das ist das Kreuz halt gerade so komisch aus. Hier ist das. Ne. Kannst du knicken. Habe ich noch nicht. Das ist sehr nahe. Okay. Ne. Ich behalte die, die ich habe. Auf. Auf. Auf Stufe 2. Auf Stufe 2. Cool, 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 cool. Oh mein Gott. Neue App. Also, das was ich jetzt gesehen habe gefällt mir sehr. Ein Rohrpunkt. Ah, da kann man einen Rohrpunkt draufpacken. Nice to know. Ich muss gleich los. Ich mache jetzt das Haus hier noch fertig. Dann bin ich rüber, I guess. Ah, cool. Sollte ich das mitnehmen. Alldämpfer MP vielleicht. Alldämpfer immer mitnehmen. Besseres gibt es nämlich nicht. Hier kommt man nicht mehr hoch. Ja, da. Über die Strasse. Ich hoffe mal, mich sieht niemand. Ohne gut. Aber das Winchester ist auch neu. Keine Ahnung, ob die stark ist oder nicht. Alter, ein Schalldämpfer. Gut, das ist ein fucking Schalldämpfer. Da hinten ein Fahrzeug. Ich hoffe, das ist eins. Dann bin ich eigentlich ziemlich gut ausgerüstet. Seht das gespawnt aus. Ich weiss nicht, ob das gespawnt ist. Ich hab kein Hahn. Ah, da ist was drin. LOL. Auch so random. Money. Da hab ich gesehen. Okay. Von zwei Seiten. Gibt's auch? Schauen wir uns noch kurz an. Ich weiss zwar, wie er mich umgebracht hat. Ja, gut. Ich warte doch so, ich gute. Hat er mich gesehen? Der hat mich einfach... Weil ich den da hinten gesehen habe. Und der hatte richtig Zeit. Ich habe nicht mal einen Schuss abgegeben. Jetzt stirb du auch von dem anderen. Man sieht's leider nicht. Na gut. Da kommt jetzt ein Cut, bis ich wieder runterfliege. I guess. I hope. Ja, wie auch immer. Bis gleich. Hm. Nice. Das Spiel ist abgestürzt. Wow. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert noch. Ich bin gerade am Upload den Crash Report. Aber ja, ist halt Test-Server. Kann man nicht viel dagegen tun. Aber gut. Kommt wieder ein Cut. Aber dann, diesmal hoffentlich im Spiel drin. Und weiter geht's. So, ich schaue. Wir sehen, wie wir die Map auch mal von oben. Jetzt auch mal. Ja, das könnte noch intelligent sein da unten. Aber machen wir nicht. Da ist übrigens so ein Krater da unten. Das da. Da ist ein Flugzeug. Ein Flugzeug reingestürzt. Jetzt sind wir jetzt in die Stadt. Das ist auch noch cool. Äh. Ein Botzo. Versuchen wir mal da. Da ist ja was Rundes. Ich möchte ins Runde gehen. Und wir fliegen direkt rüber. Das ist vielleicht... YOLO! So was von YOLO! Einfach noch runterstürzen. Solarfeld. Nee, das ist irgendwas anderes. Ist ja wie cool. Warum ist hier niemand? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Okay. Lag, lag, lag. Der war nicht. Nice. Ich bin gerade ein bisschen Kacke gelandet. Gut geht. Nimm die Kacke-Muni. Häusche. Ist das immer offen? Hopfe. Ich hoffe. Ja, ist das. Cool. Zwei Räckzack. Ansonst nichts drin. Das ist ein bisschen zum Luten kacke, wenn hier viele Gegner sind. Vielleicht kann ich es gebrauchen. Punktpunkt ist hier, Minux bei dem FNP. Auf dem Klo ist nix, ne? Das sterbe ich jetzt direkt nochmal. Ich weiss es nicht, aber ich habe keinen hier im Land sehen. Also, ah, cool, die Winchester. Kann man übrigens keine Aufsätze drauf tun. Nice, aber ich weiss nicht, ob die stark ist. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Kann man zielen? Ja, man kann auch nicht so mega gut zielen. Aber irgendwie werde ich das schon erfahren, ne? Jetzt, wenn ich sie einsetzen muss und auch mal zum Einsatz komme. Nicht wie vorhin. Alter, Robber-Band-Ding. Häuser hier. Die offenen Häuser gefällt mir überhaupt nicht. Eine Mini-14. Geile Brille. Aber warum? Kann ich... Das ist eine Mini-Cover, nicht viel montieren. So ist es auch schade, ne? Ich höre was. Ich höre was. Bin ich wirklich im Kreis? Lol. Ist die Map irgendwie kleiner? Die Mini brauche ich doch. Habe ich keine Waffe mehr in der Hand? Doch, ich habe es in der Hand, oder? Okay, da ist mir nur so ein halbes Stock. Ich möchte die Winchester mal ausprobieren. Ist das ein One-Shot-Dings? Wäre ich voll gut finden. Warum geht das auch nicht? Jetzt AR mit. Ist mir egal. So oft, das ist so gefährlich hier. Und darum Fenster. Ah, cool. Ich brauche eine MP, Mann. Das sind so viele Dinge für eine MP. Cool. Ich glaube, das ist ja NSR. Nein, ich bin ein paar Sachen. Nichts. Ich bin ein paar Sachen. Ich bin ein paar Sachen. Da liegen Dinge, was zu fixieren passiert. Okay, hier starb jemand, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, warum bin ich dem nicht begegnet? Ich habe ein bisschen Angst. Das sind ja beide, das ist nicht so optimal. So eine Arcade, so würde mich voll freuen. Ich habe ja einen Silencer, weg, weg. Moment mal, kann man vielleicht brauchen. Das Magazin. So, ich werde die Mini noch Dinge haben. Moment mal, warum geht da nicht drauf? Kann man hier aussortieren. So, weiter Kreis, immer noch hier. Ist noch alle zwei Stück, was? Ja, gut. Ganz klar. Ja, das ist also klar. Nur noch für die Mini-Dinge. Warum habe ich das überhaupt? Die Junge ist fast ein bisschen. Da habe ich ziemlich alles ausgerüstet. Muss ich noch was für die Mini finden? Nice. Ich habe langsam Munition für die Mini. Das ist nicht gut. Ich lasse die Türen offen, damit sie Angst kriegen, wenn sie hier rein wollen. Aber der nächste Kreis ist ja gar nicht gesehen. Ich kann mich hier nicht mehr verschanzen. Geile Gasmaske. Ich habe das Haus jetzt noch fertig. Na gut, ich muss aber durch die Stadt rennen. Das ist nicht so gut. Schall den vor. Ah, ja. Mann! Jetzt sage ich auch. Das brauche ich nicht. Genau, brauche ich nicht. Vielleicht komme ich mal auf die Idee. Nehmen wir mit. Ich nehme den mal kurz mit. Das Haus ist zu gross. Ich muss schneller looten. So was für ein schneller looten. Das ist viel zu gross. Ich muss los. Ich habe jetzt keine Minute mehr. Ich versuche jetzt einfach durch zu rennen. Ich hoffe, ich finde ein Fahrzeug. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo Fahrzeug spawns sind. Was ist eins da? Das ist eine Schrottkarre, oder? Ja. Ich bin mal im Kreis. Leg ich mich mal hin. Schauen wir mal kurz. Ja, auf den Berg hier. Da ist ein Drop. Da komme ich hier hoch. Wie viel Zoom habe ich? Zweifach. Das ist nur zweifach. Das ist irgendwo gedämpfte Schüsse. Quarantiner. Ich habe keine Ahnung, ob ich es treffe. Ah, die Zone. Ist mir nicht gerade halt, ne? Was ist der? Ich renne jetzt zu dem hoch. Das ist ein Stein, oder? Da sind noch zehn am Leben. Also nicht so schlecht bin ich gerade nicht. Ich habe zwar noch keinen richtig gesehen. Aus der Nähe. Nice. Der war schlecht. Verdammt. 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 Habe ich aber ihn gekillt? Ah. Wo kam der her? Wo kam der her? Wer hat den angeschossen? Wo bin ich? Alter, der war direkt hinter mir. Wirklich. Alter, er hat zuerst auf den Toten geschossen. Alter, ich war zu greedy. Ah, Mann. Aber. Huch. Neunter. Glaube ich best der Oncam, oder? Ich glaube schon. Alter, die Aufnahme geht lang. Ich muss trotzdem mehr schneiden, ne? Ah. Ah ja, das ist auch sowas. Blah, blah. Tritt mir nix. Kann wahrscheinlich keine... Kann man keine Lootboxen hier kaufen, oder so? Rewards not available. Okay. Das war die neue Map. Mist. Ich weiss nicht. Dieses Wochenende, glaube ich. Auf dem Test-Server von PUBG. Könnt ihr auch was probieren. Mir gefällt sie. Und neue Dinge und so. I like. Ich hoffe es hat euch gefallen. Tschüss zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Komm, komm. Tschüss. Tschüss. See ya. Ton es hilft, esтак.